Uh, was up, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Clash of Lords 2 Ehrenkampf und heute ist wieder Let's Play angesagt. Ist jetzt schon, naja, eine Weile ist es jetzt nicht her, aber schon ein bisschen länger her, dass ich hier wieder im Let's Play Dorf unterwegs war mit euch zusammen. Holen wir uns mal gerade hier die Belohnung ab. Und Leute, endlich ist es nicht mehr so übelst unfassbar heiß draußen. Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist nur heute so mal so ein kühler Tag. Es sind schon fast hier Kühlschranktemperaturen, so 22 Grad, einfach nur angenehm. Aber es soll ja auch wieder heißer werden. Aber das soll gar nicht Thema dieses heutigen Videos sein, was ihr euch vielleicht schon denken könnt. Denn heute sind wir zurück hier im Let's Play Dorf. Und ja, ich wollte euch einfach mal wieder zeigen, was so abgeht, was sich so ein neues Jahr getan hat. Und da fange ich doch gleich mal beim Haupt... Hauptdings, wollte ich gerade schon sagen. Ja, das ist ein schlaues Wort beim Haupt... Ja, Hauptneuigkeit, so kann ich sagen. Und zwar haben wir die René Venn, die ja jeder bekommen hat, auch wieder als Geschenk von Clash of Lords. Die sind in letzter Zeit schon ein bisschen... Ja, sie hauen schon viele Geschenke raus. Ist auf jeden Fall sehr geil. Überlegt mal, ich habe allein schon jetzt hier wegen den Geschenken René Venn bekommen und den guten Chiron. Also, da kann man sich auf keinen Fall beklagen, was mit meinen Helden im Moment so abgeht. Ist eigentlich ziemlich cool. Die habe ich auch jetzt schon auf Level 73 gelevelt. Ja, sieht man mal, wie lange kein Let's Play hier kam. Und ist eigentlich auch schon ziemlich gut. Habe Geistesregeneration schon auf Level 7. Das heißt, der neue Held wird schon mit 23% seiner Max-TP wieder wiederbelebt. Und René Venn ist einfach ein geiler Held. Ich habe es ja auch in meinem Hauptaccount. Und ja, leider hat es sich im Moment so ergeben, dass ich irgendwie fast die gleiche Formation habe, wie in meinem Hauptaccount. Nur, dass ich hier jetzt zum Beispiel hier noch den Hornochsen drin habe. Und im Hauptaccount den Abgrund-Dämon. Und ja, eigentlich müsste ich jetzt hier auch mal diesen, diesen elenden, wilden Häuptling endlich mal rausnehmen. Aber da muss ich gerade mal schauen. Weil irgendwo habe ich die René Venn natürlich als Gehilfen drin. Ich glaube, es ist hier. Yes, hier ist es auch. Ja, machen wir hier. Wer ist hier? Machen wir hier einfach hier die Hydra rein. Und stellen jetzt unsere wunderschöne René Venn in unser wunderschönes Dorf. So, das sieht doch schon besser aus. Jetzt haben wir schon ja 1, 2, 3, 4 Haupthelden. Und den Hornochsen, der auch nicht schlecht ist. Den habe ich aber eigentlich nur so, ja, die Fähigkeit gelevelt. Und so, weil ich denke, dass ich bald auch irgendwann mal den Abgrund-Dämon ziehe. Oder was weiß ich. Und das ist ja natürlich eine große Hilfe für den Abgrund-Dämon. Weil, das kann ich euch nochmal zeigen. Falls ihr den Abgrund-Dämon habt und den Hornochsen, levelt auf jeden Fall den guten Hornochsen. Nämlich die Hilfspfähigkeit bringt einfach Angriffsrate. Und das ist für den Abgrund-Dämon halt einfach essentiell wichtig fürs Überleben sozusagen. Seine Fähigkeit erlaubt es ja pro Schlag eine bestimmte Anzahl von TP zu regenerieren. Und mit der Angriffsrate steigt das natürlich. Da ist irgendwann nur noch bub, 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 bub. Und schon seid ihr wieder vollgeheilt. Deswegen ist das ziemlich geil. Und ja, als Ritual in jeder Folge, ihr kennt es, werden wir natürlich wieder 10 neue Helden anheuern. Und hier kriegen wir nochmal eine schöne Belohnung. 500 Seelen auf den freien Mann. Also 10 Helden werden wir heute wieder anheuern. Wir haben wieder genug Platz. Jetzt machen wir erst noch diese zwei blauen Eier hier weg. Und schmeißen wir es rein. Genau, im Moment schmeiße ich natürlich alles in René Venn. Weil die muss natürlich noch so ein bisschen angepasst werden, meine anderen Helden sind. Ja, 83, 84 oder ja, 86 sogar schon. Oh, da muss ich jetzt natürlich noch ein bisschen aufschließen. Aber viel gelabern. Nächster Helden da einfach mal hier 10 Mal anhören. Drückt wieder die Daumen. Das Ritual. Und diesmal bekommen wir. Tak, 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 tak. Eine Ruhmespriesterin. Ja, und es entschuldigt mich, dass hier schon wieder diese Werbung reinkommt. Von diesen Spielen. Aber irgendwie ist es in letzter Zeit bei Bluestacks so, dass hier immer wieder Werbung reingeflattert kommt. Wir haben die Ruhmespriesterin bekommen. Drehen nochmal hier im süßen Rad. Aber wir werden hier keine Juwelen reinballern. Weil es ja... Ja, ich will ja jede Folge sozusagen will ich ja anheuern 10 Mal mit euch. Weil das ist ja eigentlich so die größte Veränderung immer. Die Helden. Die neuen Helden sind ja eigentlich immer so die größten Veränderungen. Ist das erst mal eine erste Ruhmespriesterin? Ich dachte, ich hätte schon mal eine gezogen. Ja, was soll ich mit der nur tun? Also, ja, Hilfsfähigkeit ist nicht schlecht. TP der Söldner. 2% aber ist auch nicht das wahre. Und für sie jetzt direkt schon aufzuleveln ist es mir ehrlich gesagt viel, viel, viel zu schade. Aber wir können nochmal ein paar Mal würfeln. Das können wir auch immer wieder. Ja, also der Hornochse, wie ich eben schon gesagt habe, wird eigentlich hoffentlich bald rausfliegen. Für einen besseren Helden. Und ich hoffe immer noch Abgrund-Dämonen. Am besten wäre natürlich Steingolem. Den habe ich nämlich noch nicht mal in meinem, ja, in meinem Hauptaccount habe ich noch keinen Staub. Ach, Staub. Steingolem natürlich. Und da wäre es schon ziemlich geil, wenn ich ihn hier bekommen würde. Kommen wir hier noch ein paar Ringchen. Ihr seht, ich habe noch drei Sachen zum Bauen frei. Beim Bauen hat sich eigentlich, ja, hat sich was verändert. Ich habe die Mauern jetzt versucht mal auf jeden Fall so anzupassen. Tut das auf jeden Fall. Legt Wert auf eure Mauern. Ihr kennt doch, natürlich kennt ihr alle den guten Panda. Habt ihr jetzt seine Mauern gesehen? Wenn ihr mal solche Mauern haben wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall früh anfangen, hier die Mauern zu verbessern. Die sind jetzt schon alle Level 6. Ich mache das immer so nebenbei. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben, was verbessern wir denn? Ich bin eigentlich im Moment auch wieder zugunsten der Siegestatue hier unterwegs. Weil die auch, ja, habe ich auch schon erwähnt, ziemlich extrem wichtig sogar ist. Aber was holen wir hier denn noch mit der Nahwache ist, ja, ist am Anfang noch nicht so wichtig und kostet auch übelst viel. Was habe ich denn? Ich würde sagen, wir machen die Schützentürme jetzt alle mal auf Level 10. Die sind noch nicht so teuer. Die kosten 180.000. Die können wir alle drei jetzt mal machen. Und genau, das wollte ich euch jetzt zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier alle vier, ja, Stationen jetzt in Betrieb habe, sozusagen, die Arbeiterhütten, habe ich natürlich nichts zu tun mit meinem Geld. Und da ist halt immer die Zeit gekommen, wo ich dann immer so ein bisschen hier versuche, die Dinger zu updaten, was jetzt natürlich hier uns nicht so gut gelingt. Und ich bin auch noch ganz frisch im Spiel. Ich mache mal gerade einen Ressourcenüberfall, dass wir ein bisschen Cash reinbekommen. Dann können wir auch die Mauern ein bisschen verbessern. Das hier ist nix. Das ist scheiße. Da wollen wir nicht angreifen. Ja, wollen wir auch nicht angreifen, auch wenn es wieder mal lustig aussieht. Ja, und hier kleiner Spoiler-Alarm. Gülle, Gülle im Mund. Nein, ein kleiner Spoiler-Alarm, sozusagen. Hier können wir doch gut angreifen. Morgen erwartet euch die erste ordentliche Folge. Das lustigste Dorf oder die lustigsten Dörfer in Clash of Lords 2 oder Funny Base. Clash of Lords 2, wie ihr es auch nennen mögen. Ob ihr jetzt Englisch mögt oder dies, das, in Hand. Ist ja auch auf jeden Fall egal. Auf jeden Fall wird morgen diese Folge rauskommen. Freut euch auf jeden Fall schon drauf. Habt ein paar coole Sachen gefunden. Ein paar coole, ja, ein paar coole Dörfer. Sind außergewöhnliche Sachen dabei. Crazy stuff, meine Freunde. Weil, wenn ihr diese Dörfer seht, denkt ihr euch, was geht da ab? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Und, äh, ja. Freut euch da auf jeden Fall schon drauf. Äh, den, der werden wir auf jeden Fall jetzt noch down bekommen. Ach, ich liebe einfach die Fähigkeit vom Chiron. Das ist einfach so geil, einfach mal drauf zu drücken. Ihr bekommt noch zwei Klone. Die ganzen, äh, ja, Scharfschützen sind gepusht. René Venn ist jetzt auch dabei, genau. Hat leider, ist bei René Venn der Nachteil, dass der, äh, ja, die Wut. Und das kostet ungemein viel. Watt Level 7, immer noch 4 Wut, sozusagen. Und das ist bei anderen natürlich nicht so. Jetzt haben wir auch genug Cash. Oder haben wir nicht genug Cash? Nein, haben wir nicht. Wir brauchen 900.000 für diese Reihe hier zu verbessern. Oder brauchen wir? Ja, genau. Und vergesst natürlich nicht immer eure Sachen zu machen. Also, das ist das Problem eigentlich. Ich bin im Moment dabei, halt, ja, zwei Accounts sozusagen auf dem Laufenden zu halten. Ich würde sagen, machen wir mal gerade noch einen süßen Hellendipo ist nicht frei. Noch einen Ligakampf, wenn ich hier nur das Hellendipo freimache. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Genau. Ähm, das Problem ist, dass ich zwei Accounts so am Laufen halten muss und geupdatet halten muss. Wo ist sie hier? Und, ähm, da ist halt das Problem, weil, wenn man wirklich alles rausholen will aus dem Spiel, dann, äh, kostet das schon ziemlich viel Zeit, weil ihr müsst wirklich, wenn ihr dranbleiben wollt am Ball, müsst ihr jeden Tag Arena komplett machen. Ihr müsst jeden Tag hier Königliche Schlacht, dann müsst ihr die, ja, die Ruine durchmachen. Dann müsst ihr die Ressourcen durchmachen. Also, mindestens die Ressourcen fünfmal, weil dann bekommt ihr natürlich die Boni. Ähm, und, äh, das kostet dann auch schon ziemlich viel Zeit. Und das mit zwei Accounts, also ihr könnt es euch vorstellen, es werden wahrscheinlich noch mehr Freaks da draußen sein, die hier zugucken, die auch zwei Accounts haben. Und die werden dann natürlich wissen, was ich meine. Seht euch das an. Wie soll ich hier bitte angreifen, ey? Ja, 112erweise, 120er Chiron. Und dabei, beklappt, habe ich schon so viele, äh, Lokale, dass es hier so Gegner gibt. Schaut euch das an. Jetzt kommt dasselbe Problem, was ich die ganze Zeit schon in der Arena hatte. Kommt jetzt auch auf die, ähm, Liga. Das ist gar nicht erfreulich. Nein, das ist gar nicht erfreulich. Ich würde sagen, okay, den könnten wir schaffen. Der hat mir no lobe ab. Also, Leute, seht euch das an. Ich verstehe es einfach nicht, warum man hier irgendwie, ähm, keine Ahnung, den Totenkopfjäger oder wie auch immer heißt, levelt. Also, wenn ihr die Hellen habt, levelt sie bitte nicht hoch. Auch an dich jetzt, die, ja, Nasma. Ich verspreche dir, mit besseren Hellen wird dein Dorf auch besser laufen. Aber, jetzt müssen wir erstmal schauen, ob wir ihn überhaupt down kriegen. Ich kann auch jetzt einfach nur scheiße labern. Wir laufen hier gegen die Wand, ne? Aber, ich hoffe es nicht. Seht ihr, es kommt schon wieder Werbung rein. Oh, ja, 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 ja. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist hier mit Blue Stacks. Es kommt auf jeden Fall immer wieder Werbung rein. Ihr seht's. Ähm, keine Ahnung, ob das bei jedem so ist oder ob ich der einzige Auserwählte bin, der hier, äh, das ertragen muss, sozusagen. Äh, ich hab's noch nicht so gesehen. Bei anderen Leuten auf jeden Fall. Ich müsste auch mal so fragen, weil das nervt einfach. Wenn man so gerade, ähm, ja, im Duell ist, muss gerade seine Fähigkeit raushauen, drückt auf den Knopf und bumm. Werbung kommt rein, du kannst nicht mehr drücken und, oh, Mann, da könnte ich Gott. Oh, ja, 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 es ist doch ein schwieriger, schwieriger Konzert. Das Problem ist, dass seine Helden an Level 100 sind. Und seine Anlagen sind sehr, naja, sind eigentlich gar nicht so weit gefuscht. Keine Ahnung, in letzter Zeit renne ich einfach nur noch dauerhaft 24-7 gegen die Wand. Es ist einfach unfassbar. Aber er hat jetzt nur noch einen Held, das müsste eigentlich funktionieren. Ich mein, für 34 Pokale ist das natürlich wert. Denn er hat noch zwei Helden, der eine ist sogar noch fast voll. Eben hab ich was gegen den, den Kopfjäger oder Totenkopfjäger oder wie auch immer heißt, gesagt. Und jetzt hier ist er immer noch komplett full. Ach, Mann, hat er hier etwa einen Weisen als Gehilfe? Alter Falter, das wird ja immer kurioser. Ja, die Siegesstatue reißt mich jetzt natürlich auch wieder runter. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt gleich abbreche, aber das ist einfach ein Schmach. Ehrlich, das ist ein Schmach. Das ist einfach nur ein Schmach. Facebook muss hier auch weg. Das muss hier weg. Tut mir leid, aber Alter, ich verstehe es einfach nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das auch passiert. Ihr seht eine Stadt und die hat wirklich, ihr denkt, ja, das müsste auf jeden Fall gehen. Die Angriffsanlagen, also bis, ah, blablabä, schon wieder hier Mundkulli. Verteidigungsanlagen sind nicht so gut und die Helden, ihr habt es gesehen, das sind, keine Ahnung, lila, blaue Helden. Und ihr kommt einfach nicht zum Zug. Ihr kommt einfach nicht durch. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob das auch so ist. Oder schreibt auch in die Kommentare, wenn es bei euch umgekehrt ist. Also ihr seid vielleicht, keine Ahnung, ihr seid wie ich Level 38 und haut hier die Achtiger weg. Das hat das letzte Mal ein Abonnent unter das Video geschrieben. Also Chapeau an dich jetzt an dieser Stelle, dass du das schaffst. Wenn es natürlich war, ich werde dir jetzt natürlich mal glauben. Also das ist dann schon eine ziemlich coole Sache. Ich würde sagen, jede Folge haben wir am Schluss hier einen Fail. Was eigentlich schon ziemlich schade ist. Aber ich will die Let's Play, ja, die Let's Play Parts hier noch nie so lang halten. Weil ich euch hier auch nur so kurz und knapp mal schnell erzählen und zeigen will, was so Neues passiert ist. Oh Mann, und jede Folge verliere ich in Ligakampf. Aber was soll's, das soll's auch jetzt für heute wieder gewesen sein. Ich hoffe, das nächste Mal haben wir mehr Glück. Auch beim Helden anheuern, weil eine Ruhmespriesterin, da gibt es auf jeden Fall Besseres im Sack, aus dem wir hier ziehen können. Und ja, ich muss mich jetzt noch ein bisschen ranhalten. Hier Arena und Ruine und alles muss ich noch machen. Ihr kennt das Gefühl bestimmt, wenn ihr noch alles machen müsst. Aber, naja, dann wünsche ich euch mal noch Spaß beim Zocken oder was auch immer noch ihr so macht. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Liked es, wenn das der Fall war. Abonniert für mehr. Abonniert auch für die nächsten Serie, die morgen endlich ordentlich anläuft. Wie gesagt, die lustigsten Dörfer fangen morgen richtig an. Dann schaut euch da auch nochmal mein Einführungsvideo an und sagt mir, ob ihr das überhaupt cool findet. Weil ich habe leider nicht so viel Rezensionen unter dem Video bekommen. Ein paar Daumen waren dabei, aber ich würde gerne vielleicht mal so ein oder zwei Kommentare dazu hören. Aber sie kommt morgen auf jeden Fall. Also quäl ich euch damit, auch wenn ihr keine Meinung dazu habt. Und ja, dann sag ich mal hasta la vista, meine Freunde. Und bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.